So, heute sind wir in Schottländer WX bei Rock of Ages 2. 3. Farber, 5-1 feet tall! If I heard, he kills men by the hundreds. And if he were here, he'd consume the English with fireballs from his eyes and bolts of lightning from his arse. I am William Wallace! And I sing! Oh no! Okay, gut. So, ich habe mal ein bisschen was genannt gerade eben. Ja, wo es ist? Los geht's. Ich will ihn platt machen. Oh, was? Oh, oh, wähle deine Waffen. Man kann hier verschiedene Bälle jetzt auswählen. Oh, wie nice ist denn das denn bitte? Äh. Äh, Tuff, wieder nächste Föl. Aber hier sind die beiden ja gleich. Deswegen, wir nehmen nur einen normalen Ball. Äh. Ah, okay. Das nehmen wir, das nehmen wir. Die Bank nehmen wir. Und das Sprungblatt. Nee, 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 nee. Den ja. So. Bereit. Ey, das ist ja richtig nice. Jetzt kommen wir mal. Oh, das ist ja schon mal eine große Map. Hier rollt er an. Hier runter. Boop, woop, woop. Boop, woop, woop. Alter, ist die Map groß. Ist die Map verdammt groß. Ich muss versuchen, den mal hier am Ende aufzuhalten. So, äh, und zwar mit dem Katapult, sondern, so, Bank, wir brauchen ein Bänkchen, äh, äh, was ist das, das ist ein Mino, denn wir brauchen Geld, Money, 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 das Ding so ein bisschen schützen, und natürlich, dafür aber kein Geld mehr, schieb, ich brauche noch diese Bänkchen, äh, und jetzt, prüftet dieses, bin ich eigentlich Geld, das dauert ziemlich lange mit dem Ball, extrem, 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 ja, komm, 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 sofort los, sofort los, egal wie das hier aussieht, Okay, ein bisschen was zerstört, aber bringt auch nicht viel, so, ein Ball ist leicht kaputt, Alter, es ist doch viel schwieriger als vorher, ne, ich möchte dort oben das Licht ausblenden, ich möchte ja wissen, wo er lang fährt, Oh! Fuck, da, der, Alter! Was ist denn hier bitte passiert? So, jetzt muss ich aber langsam durchkommen, sonst habe ich hier locker verloren. Jetzt dürfte ja eigentlich nichts mehr kommen bei ihm. Nein! Oh! Fuck, 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 der kommt durch, der ist durch, der ist durch. Los, 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 los! 144! Wir brauchen die Elefantchen. Türmchen. Die halten ja gar nichts aus, die Türme. Einen Turm noch. So, und das war's. Oh, da fängt an zu rollen. Was hat denn der für'n Ball? Oh, fuck. Das ist die letzte Runde, sehe ich gerade, ey, wir machen ja doch ganz schön Schaden. So, jetzt, jetzt kommt er auf meine Barriere. Was? Fuck der dieses Spruch... Oh, nee. Ich hab verloren Ist er runtergeflogen? Der ist doch nicht gestorben, oder? Der ist doch nicht gestorben Und ich soll dann gestorben sein So, dann würden wir es ja jetzt locker schaffen Hä? Nein! Achso, das ist rotester Schaden Alter, der hat trotzdem Der hat doch keinen Schaden So Elfändchen noch hin Und ein Männchen So Das war's Und er fängt an zu rollen Oh Oh, was macht denn das denn? Das ist doch eine Miene, oder? Hm Und dann muss ich das so umdrehen, damit die irgendwie raus können Also ich kann's doch schaffen Ich kann's doch gut schaffen Sondern ich muss unbedingt das PA mal rausnehmen Das hab ich gestern gesagt gehabt im Livestream Sag mal, gibt's eigentlich auch hier diese Sterne? Weil am Anfang werden nämlich diese Sterne angezeigt Aber ich wüsste jetzt nicht, ob Eben irgendwie die Sterne hier zu finden sind Oh, ich hab verloren Oh, fuck So, machen wir das gleich nochmal Aber dieses Mal packen wir das Dieses Mal machen wir es locker Guck mal, wie wir hier rumschalzieren Das kriegen wir doch dieses Mal locker hin So Wir nehmen wieder Unsere Malen Felsen Dann nehmen wir Sammeln aus Handlichen Hürden Und dann zieht die Bank in der Nähe von Minen Um mehr Gold zu produzieren Achso, da gibt's spezielle Minen noch, oder was? Wir nehmen das Haus Wir nehmen das Haus Und wir nehmen noch die Kuh Und das hier Gut Dann machen wir aber los Oh Also ich muss ja vorbei Ich will hier so ein Ding hinsetzen Die sind auch so groß So Wird eh ne springen Ich weiß es Und hier machen wir noch Nappe hin Und setzen hier Zwei von denen rein Und so ne Kuhherde So jetzt möchte ich aber gerne mal missen Mit diesem Ach hier Hier müsste man hinsetzen Hier müsste man die Bank hinsetzen Okay Das nächste Mal wissen wir es Ich hab noch Geld Ich hab kein Geld mehr Doch Für einen Turm Der wird außen herumfahren Das sehe ich doch jetzt schon Ready to go Los geht's Okay Okay hier komm ich zwar nicht mehr raus Ist mir jetzt aber gerade egal Solange wir seine Abwehr zerstören Ist mir eigentlich relativ alles egal Okay Wieder durch Und der ist bei mir jetzt An meiner Bauer Und kommt simpel durch Das heißt wir sind eigentlich beide Fast auf dem Gleichen Niveau Äh auf der Gleichen Entfernung Wenn ich ihn aber jetzt Irgendwann mal richtig Äh gut aufhalte So er ist bei mir im Ziel Eins Zwei Drei Okay ich höre ja schon auf zu füllen Ich hab eigentlich schon wieder verloren Weil ist er jetzt schon leicht beschädigt Vor allem das überlegt man Das ist auf normal Ja jedenfalls hab ich noch zerstört Also eigentlich ist es auch gut Wenn ich seine Abwärmung mit zerstöre Okay Jetzt müssen wir uns was einfallen lassen 2000 Ich hab diesmal Die Katapulte fällt mir Fällt mir gerade auf Die Katapulte fehlen mir Ich kann aber auch nicht Hinspringen zu dem Das ist schade Also doch hier kann ich hinspringen Okay Ja komm vernichtet ihn Fuck Ich hab wieder verloren Oh meine restliche Abwehr Ich hab ja keine Abwehr mehr Das ist eben so die Frage Was ist denn besser wenn man Eine Abwehr hinbaut Also eine richtig fette Oder ob man Eine äh Ja kleinere Oh das war knapp Oh seine Abwehr ist richtig gut Zerstört eigentlich So Ich bau die mal weiter aus Es macht relativ viel Spaß Mit denen hier rum zu bauen Ja entweder zwei Ja ich mach zwei Kühe hier Puh Wollen wir mal gucken Ob es wieder was klappt So der ist unterwegs Oh mein Gott Bereit bereit komm Jetzt hoffen dass meine Abwehr Dort oben ab Äh 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 festhängt Muss einfach nur schneller durchkommen Als er Und solange ich jetzt nicht mehr aufgehalten werde Komm ich super durch Komm ich super durch So wollen wir es sehen So wollen wir es sehen Menzi ist der Sieger Wir sägen den Sieger Gegen Was war das für ein Typ Nein Alter Was Ist das gerade unser Ernst So Komm 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 Zählt jede Sekunde Alter Wir haben noch beide Kein Kein Schutz mehr Jetzt kommt es wirklich drauf an Wer ist der erste Der durchfährt Ach du Scheiße Puh Und Los 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 Wir sind fast beide gleichzeitig Drinnen gewesen Deswegen müssen wir jetzt jede Sekunde Hier ausnehmen Äh ausnehmen Ausnutzen Oh fuck Oh fuck Oh fuck Naja So weit ist er nicht hinter mir Und selbst wenn ich als kleine Kugel So was reinkomme Ich habe gewonnen Ich habe einfach Fucking gewonnen Es kommt einfach nur noch drauf an Wer hier erster ist Nein Nein Ich bin runtergefordert Ah der wird auf Komm 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 Wird aufgehalten Er wird richtig gut aufgehalten Er wird richtig nice aufgehalten Oh Ja 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 Jetzt wird er noch Richtig kaputt gemacht Er wird noch kaputt gemacht Komm ich will noch gucken wie er hinten auseinander genommen wird Wenn er ausgenommen Ne wird nicht auseinander genommen Ja dann Ciao Ja man kann auch da drinnen alles kaputt machen Wie geil ist das denn Leute ich würde mal sagen Wenn es ja ganz gut gefallen hat Dann gib deinen Daumen nach oben Wenn nicht einen Daumen nach unten Schreibt mir in die Kommentare Ob ihr natürlich mehr sehen wollt Oder auch nicht Aber wir gucken natürlich noch Was es hier oben nochmal ergibt Was das ist Feuerwerkskanonen Schießmess-Explosiven Feuerwerk Zupfel Oh cool Ja dann würde ich sagen Bis zum nächsten Mal Sagt euer Männis-Walls Ciao Ciao